Was ist jetzt? Irgendwas hat ne geschossen, ne? Da schießt Maus hin. Da schießt Maus hin. Ja, sie ist neben mir, Alter. Da schießt ne Maus... Ist hier im Busch bei... Ja, das ist ziemlich schnell bei uns. Ich glaube, ich hab da vorne was gesehen. Oh, wo ist da vorne? Weiß ich nicht, hier am Zaun an... in so... in so Tannen. Das kommt hin. Da läuft ihr noch zum Zaun. Ich bin da am Zaun jetzt. Ich glaube genau da... Da, 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 warte, ich hab... Er kippt nicht um. Er läuft vor mir hier. Einfach vor mir. Motorradhelm, ich hab'n. Ich hab'n. Ja, er kippt nicht um. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Der ist tot. Und ich glaube, ich hab' gebrochene Beine. Und mein Charakter macht die ganze Zeit so komische Sachen. Was machst du da? Da läuft noch eh noch. Da läuft noch eine mit Glückschut. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Blut auch. Okay, der ist down. Aber ihr schießt... schießt noch ne Maus hin. Und wie gesagt, einer war vor dem Scheißhallen. Ich würde sagen, die Mauschen kommen nach den Industriegebieten. Ah, ich guck' mir das mal an. Da, da schießt sie wieder. An den Panzer dort oder so. Panzer? Da steht ein Panzer da auf der... Da ist keiner, da ist keine Sau. Ich glaube, wir müssen mal in das Industriegebiet. Da ist... Da liegt sie doch. Ja, okay. Komm, nimm sie in die Hand. Ich muss sie auch reißen, wenn die Tau tun. Da ist... Ey, der Typ ist nicht... Der hat sich plötzlich weiter angehört, ne? Also als vorher noch. Das ist schon gefallen. Ich will. Ich hab den O3 viermal Vollballett getroffen. Na, es dann ging er zu Boden, ey. Ich esse und trinke gleich auch immer was kurz. Ich bin schwarz-weiß. Ne, wir sind hier nicht... Achso. Ja, dann... Das war jetzt ganz woanders. Dahinter, würd ich sagen. Jetzt sind wieder... Das ist richtig Richtung Airfield jetzt wieder. Also eher in den Hallen. Ja, das ist hinten in der Halle, ja. Zwei aber. Zwei, ne? Aber vielleicht haben die sich gerade bekriegt im Nahkampf. Ja, muss sein, dass es eine komplett andere Mosens ist. Das waren zwei. Das waren jetzt zwei. Die haben zweimal hintereinander geschossen. In dem Airfield-Ding ist ein Zombie drin. Ja, da läuft er in der, vor der Halle. Da läuft er in der Halle links. Der ist gerade rausgeglitscht. Der läuft um die Halle rum. Der ist um die Halle rumgelaufen. Der ist um die Halle rumgelaufen. Links rum. Willst du noch hier eine Tomate und Orange haben? Die ist hier mit Vitamin und so ein Scheiß. Das kriegt doch gar nichts an. Theoretisch ja. Aufsehen gelingt. Ja, ich esse sie aufgleich. Hau immer noch zu. Also das ist ganz, ganz. Hulu, hulu, hulu. Ich würde dann, wenn du kannst mal breit ist, würde er zum Indust-Wel gehen. Lass mir das mal abchecken, weil ich glaube, davon kam auch eine Mulsin. Ich habe es mir schon angeguckt, aber ich habe nichts gesehen. Wo bist du da jetzt, Hendrik? Von euch gesehen links hoch zum Indust-Wel. Das war auch so eine Baumreihe. Da bin ich drin. Hat sie den SKS-Typ mal geloadet hier? Nein. Kann ich gleich machen. Wie gesagt, das dauert hier relativ ewig gerade wieder mal. Wie immer. Willst du noch einmal krank, wie Chris, haben eine Packung? Da läuft den auf dem Tower, der leider hoch. Ja. Das ist halbwegs bewaffnet. Da ist noch eine On-Tower drin. Ja, ja. Oh, da geht gleich wieder runter. Da ist auch direkt. Oh, da geht die Treppe runter, da geht die Treppe runter. Dann schiebt deine Tür auf. Und da schießt auch Mosin jetzt vom Tower. Das sind dann mindestens zwei Leute. Ne, aus dem Wald schießen die Mosin rechts, wo ich gestern war. Na, glaube ich auch. Aber stopp, das war natürlich über aus der Halle da rum. Es geht die Tür auf vom Tower, da kommt raus. Er ist einfach weggeploppt durch die Mauer. Ah, ne, er will durch die Mauer durch. Er will unter der Mauer drunter durch. Kann das sein? Ne, weiß ich nicht. Naja, der bewegt sich noch. Der bewegt sich noch. Ich schieß. Oh, ich hab sogar deinen Schuss gesehen, Alter. Wo ist der eingestiegen? Zu hoch, zu tief? Keine, ich hab nur gesehen, dass der durchs Bild geflogen ist. So eine Streifspur. So, ich geh mal den SKS Haini looten. Ich brauch SKS Money. Ja, ja. Ich geh in der Deckung. Siehst du den noch? Ich seh nur noch Busch. Ich weiß nicht, ob er sich noch bewegt, aber der weg ist. Ne, ich seh auch noch Busch. Seh ich das zu weit weg. Da läuft er links. Andere Halle hinten läuft er noch lang. Weiter hinten im Wald. Da läuft er auf die Halle drauf zu. Siehst du den? Links. Da kommt er auf die Halle drauf zugelaufen. Daher. Ja, ja. Seh ich. Der ist hinter der Halle jetzt. Wir haben eine geile Posi um die ganze Geschichte hier mal. Soll die sich erst mal abschießen. Ich weiß halt nicht, wie fucking weit das ist. 400. 400 kommt hin, denk ich. Und, hast du den geheilt, Lukas? Ja, ja, ist geheilt. Da rechts vom Tower. Ja, da fläht sich eh, ne? Wow, jetzt wird's da interessant, ey. Ne, geht da jetzt rein. Soll ich auch auf den Moos und wechseln hier mal? Warte mal, er will die Tür zumachen. Schieß mal drauf, warte mal. Ne, warte, warte, weil wenn er still steht, wenn er still steht, wenn er still steht. Ich seh ihn ja nicht schwer, nur, dass er die Tür nicht zumacht. Ne, 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 ne. Der ist hochgegangen. Ja. Ja, der ist hochgegangen. Die Wechselkotter-Tosen. Verrat nicht die Position. Möglich. Zwei Leute drin. Zwei Leute drin. Ey, da haben die noch noch einen Tower auf den RWD und da kämpfen die Leute drin. Das ist eigentlich normal. Da rechts, rechts vorm Tower ist irgendwas passiert. Ich glaub, da ist jemand blutend langgelaufen oder so. Hier habt ihr irgendwas gesehen. Rechts hinter dem Tower in den Bäumen. Gelbe große Bäume. Ich hab jetzt auch die Moos in den Hand. Da läuft er dann auf dem Feld. Guck mal rechts, kommt er in das Feld runter. Wo der Wasserturm steht, da hinter links jetzt. Das ist in der Baumreihe neben dem Tower. Da läuft er. Ich seh noch ganz deutlich. Da läuft er auf den Tower drauf zu, aber hinten auf den Tower drauf zu. Ich tu die Leider drauf. Da, naja, ich seh ihn. Und er schießt auch. Naja, der schießt auch. Der nähert sich langsam. Angezogene Waffe. Der blutet, der ist down. Da ist einer mit Fulgi in dem Wald. Der geht jetzt zu der Reiche hin. Der geht jetzt wieder weg. Da ist er in den Towern. Aus dem Tower ist was rausgekommen. Aus dem Tower, der kommt raus. Da geht er jetzt hin. Der lootet bestimmt. Die gehören zusammen. Da läuft einer aus dem Tower. Kann man die Leiche reinsehen? Nein, wir müssen uns rechts durchstehen durch die Büsche. Durchschlagen. Wo wir gestern schon waren, Hendrik. Ja, das ist hammer nahe dann. Die gehen jetzt looten. Die gehen jetzt schön looten dort. Da läuft einer draußen rum. Einer ist im Tower. Und die sind schön. Das ist der im Tower war, der ist rausgekommen. Der ist jetzt rausgekommen. Er hat mich schon gesagt, oh, guck mal, da schießt er aber immer noch was. Das höre ich nicht. Boah, alter, das ist der Kriege. Ich glaube, der liegt hinten auf dem Hügel bei Krasnatoff noch. Oder zumindest aus der Richtung des Brunens, der da hinten steht. Im Tower ist jetzt, glaube ich, keiner mehr. Da ist nämlich das schönste, da habe ich umgegangen, looten. Wenn er das nächste Mal in den Tower geht, dann schieße ich auf wen. Wenn du im Lauf triffst du den, glaube ich, nicht aus der Entfernung. Ne, ich gehe auch nur darum, dass ihr merkt, oh, oh. Ne, ja, oh, genau. Da werden die auf uns aufmerksam. Auf unsere Positionen. Rechts läuft wer beim Wassertower. Beim Wassertower-Läufe. Am Zaun, der läuft da jetzt weiter. Der läuft zu diesem Wald, wo ihr die Leiche... Ja, ich sehe es. Der läuft aber zum Tower hin, oder was? Der läuft da zu dieser Leiche und so, ja, ja. Ja, das sehe ich, ja, ja. Es sind mindestens drei, vier Leute. Mindestens. Ja, wollen wir uns sonst rechts auf den Krasnatoff-Bügel begeben? Dann können wir das hinter dem Tower hinsehen. Ja, würde ich empfehlen, aber schön hinten an den Bäumen lang. Dass die euch ja nicht sehen. Hat irgendwer von uns jetzt eigentlich noch eine M4 oder so in der Hand? Und ich habe auch die Mosel. Ich habe keine. Ich habe die AKM. Also alles easy. Okay. Ich lass auch nicht. Bleib auch erstmal bei der Mosel. Wir wollen ja eh Fernkampf machen, da, oder? Ja, das ist krüger. Ah, ja. Ich warte mal, ich setze mich mal in den Busch, bitte rüberlaufen, damit ich mal ein bisschen beobachten kann. Da, sie sind dann noch in dem Waldgebiet. Und zwar an den großen Baum, der bis nach unten geht, der unten keinen Stamm hat, quasi. Weißt du, was ich meine? Ne, ich sehe das Entfernung. Da liegt so eine übelste Leiche. Äh, übelste Leiche. Da sind die übelst am rumkreiseln. Ist das so dumm, ey? Da steht nur noch eh ein Scheißgebäude und die kämpfen sich da ein, ey. Witt nur, ist das lächerlich? Ja, gekämmt haben die jetzt nicht. Das letzte Mal, die haben da stundenlang drin gesessen und auf Weihnachten gewartet, aber der ist da kurz reingegangen. Ja, die zieht aber die ganze Zeit zu und dann hat er ihn abgeschossen und dann kam er rausgerandet. Das ist für mich schon gekämmt. Ne, das ist taktisches Warten. Das ist taktisches Warten. Ja, das ist, das ist, genau. Wenn du jemanden siehst und weißt, der kommt gleich zu dir rein, dann tust du taktisch warten. Wenn du nicht weißt, ob hier überhaupt irgendwer ist und dann einfach hinter einer Ecke oder hinter einer Tür wartest, bis irgendwann vielleicht mal wer vorbeikommt, dann ist das Campen. Das sind Unterschiede. Gutes Stück weiter. Wir sind beim Feldweg jetzt schon grad. Da. Hm. Ich seh da aber keine Sau mehr. 50 Meter vor mir. Die sind rechts am Tower immer noch. Da ist so ein großer Baum, ja. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Weil hier ist übelst offene Fläche. Das ist hier. Keine Ahnung. Koe, Koe, Koe. Niemand, niemand. Wir haben beide Koe gemacht, ja. Ich hab's nicht gesehen, aber dann... Das ist hier. Koe, Koe. Wieso seid ihr denn so weit hinten noch? Wie? Ich denke, ihr seid schon lange am Feldweg und schon weiter vor. Das ist doch der Feldweg. Das ist der Feldweg, der hier vor uns ist. Ja, ich sag, ihr seid ja schon lange weitergegangen. Hm. Weil hier von... Der kommt von rechts hier. Mann, Mann, Mann. Da, da bewegen sich noch. Ja, die sind da noch. Die sind da noch. Definitiv. Die sind genau in den gelben Bäumen da. Ja, genau. Da hocken die drin. Ich weiß nicht, es übelst die Scheißposition. Ich will da vorne jetzt in die Büsche. Wir müssen hier, wir müssen weiter. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht, aber hier ist alles offen. Was willst du machen? Scheißegal, wir sind situiert, die überhauen wir weg. Ne, dann musst du jetzt mal aufrücken. Go, go, go. Ich rücke doch. Na, dann ist ja gut. Die könnten uns halt jetzt sehen, ne, Büsche. Bis hier, wo der Zaun steht. Ich rüpfe über den Zaun. Es geht aber von hier. Sie können uns nicht wirklich sehen, denke ich. Ne, wir sind übers offene Feldweg gerannt, um jetzt eine Schussposition zu bekommen. Soll ich auch hier in die Tanne? Da läuft der Bambi weg. Da läuft der Bambi Richtung in das, wie er mit Waffe. Da hat er Rucksack und Waffe. Seht ihr den? Ne. Offenes Feld. Offenes Feld, genau auf der Startbahn. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Ah, da, ja. Ja, der läuft in deine Richtung, weil ich weiß nicht, wie du weiter dich schon weggelegt hast. Nein, er ist schon sehr nah bei uns. Der läuft da an, wo der SGS-Leichentyp ist. Naja, genau. Wo seid ihr? Ich bin jetzt hier in den drei Bäumen, wo wir... Ja, am anderen Ende der Startbahn, genau. Im Grunde genommen. Da läuft noch einer hinterher. Da läuft noch einer hinterher, Fullgier. Wollen wir versuchen zu schießen? Ich bin dabei. Wie viel Meter? Keine Ahnung. Ich mach 300. Ich schieße jetzt. Ah, jetzt ist er gerade im Busch. Bei mir ist er da mitten in dem Busch. Dann, ich hab einen, einen hab ich, einen hab ich. Im Laufen, schön. Ne, da versteckt sich noch. Der geht wieder auf, auch mitten auf Feld. Jetzt hab ich, ne. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Double check, double check. Naja, er ist gut. Achtet auf den, der Bambi, der da vorgelaufen ist. Renn weiter, da renn weiter, links, an Zaun. Ich hör Zaun. Ich hab das gesehen. Ich seh nicht mehr. Ich seh nicht mehr. Na, wer geht den jetzt looten? Ich geh da jetzt gleich hin mit euch. Oh Gott. Ich will ja nicht looten, ich will ihn halten, Alter. Die ganzen Büsche, das ist halt immer das Gefühl, da bist du nicht, steckt da noch irgendwie noch. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, ich seh ihn wieder. Es ist wieder die Richtung, wo er hingerannt ist. Er läuft da gerade mit Fäuste erhoben. Er geht zurück, er kommt zurück zum Airfield, genau zu seinem Freund da, will er hin. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ja, zur SKS-Leiche, die Richtung, wo man ihn dann aus den Augen verloren hat. Da ist er, ich seh ihn, warte mal. Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich schieß jetzt gleich auch. Oh, ne, ich sag jetzt, warum? Ist er schon so weit rumgegangen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich muss auch gerade, ich seh ihn gleich nicht mehr, wegen Tanne. Ich seh ihn gerade nicht mehr. Das ist zu weit, oder? Ich weiß nicht, ob es einschlägt, oder nicht, ey. Oh, und jetzt muss ich nachladen. Ich seh ihn nicht mehr. Achso. Ja, mein Freund. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ich muss nachladen. Er blutet. Genau, wieso, er ist er blutet schon. Down, 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 down. Jetzt ist er down. Er lebt aber noch, glaube ich. Ja, er lebt noch. Ja, double check, double check, ist er tot. Alles klar. Ja, double check, tot. Nee. Jetzt, 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 jetzt. Oh, der blubbert voll runter in den Boden. So, das war's. Nee, es sind zwei Leichen. Das waren aber, glaube ich, drei Leute hier, ne? Ja, nochmal, das ist drei. Ich hab nur zwei gesehen. Aber bewegen will ich mich sowieso jetzt mal. Ja, ich beweg mich auch mal. Ich wechsle jetzt auf M4. Warte mal. Da, ich seh einen. Im Busch. Vor mir. Äh, gelbe Bäume. Ah, nee, das bist du, das bist du. Wow, ey. Alter. Da läuft der jetzt hin, links? Nee, ich. Ich komm auch mit. Da willst du M4, ich komm auch. Ich brauch SKS, Muni, unbedingt. Das hier genau vorne bist du, ne, Martin? Mit Kühlrucksack, zu Lunen, ja. Ja. Wo liegt der denn, Mann? Ja, ne Ahnung. Ich will aber auch gar nicht zu den Leichen. Obwohl, da vorne ist sie. Ich geh mal gucken. Da, ich seh ihn auch. Das ist die eine, ja. Aber wo ist der? Der andere lag mitten auf dem Airstrip. Der eine liegt mitten auf dem Airstrip, mitten auf dem Beton. Ja, ja, das ist aber die eine. Wo war denn letztes jetzt? Da ist Hendrik noch gerade dran, an dem Busch. Der hat eine Maus, ähm. Aber der hat gar keine Munition für die Maus. Da vorne, wo ich jetzt hingucke. Da, wo du jetzt auch hinschguckst. Okay, hat er SKS, ne? Ne, der hier hatte echt nur Gemüse. Vielleicht direkt halten. So, wer traut sich auf den zum Airstrip? Ich geh da hin. Warte. Der war noch nicht tot. Was, der war nicht tot? Ne, jetzt ist er erst verblutet. Da hat sich nämlich nochmal bewegt. Auf dem Airstrip, mitten auf dem Beton müsste er sein. Mensch, der andere noch. Ja, der ist bei Hendrik hier am Busch, Mensch. Ich weiß nicht, weil er ist hier drin. Hier, wo ich hin renne. Hier, guck hinter dir. Hinter mir? Ja. Wo ich jetzt stehe. Keine Ahnung, du bist gerade weiter in die Büsche verschwunden. Der hatte SKS. Ach da, so, ja. 30er Mac, ich nehm's mal mit. Ne, 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 oder ich komme hin, ich nehme das selber. Ultra, der hat eine komplette Roundbox voll mit Munition für SKS. Ne, 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 ne. Ja, 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 komm nachher. Ah, der ist schon geheilt hier, ha? Der eine ist geheilt, der hatte wie gesagt nur Gemüse noch. Das war, wo ist. Kannst du die Roundbox erstmal mitnehmen? Hm. Schießt was? Vorm Tower oder so auf mich. Vorm Tower oder Halle. Nein, Mann. Da war mein Leben gerade wichtiger. Tut mir leid. Tower ist zu. Das ist noch im Tower. Ich bin nur noch hinter so einem Busch, Mann. Ich sehe aber keinen da. Ne, da stand bestimmt auf. Die Halle links ist auch offen jetzt plötzlich. Ne, die war vorher schon offen. Die linken, ja? Okay. Ich mein schon. Ne, die links war zu, glaub ich. Die, die ist bei mir auch zu, die linke. Ne, da ist bei mir offen. Aber ich schaue aber ohne Zone, jetzt gucke ich da hin. Das kann andere schaue. Ne, ohne Zone sieht das immer so aus. Ne, aber die ist zu. Das ist alles, nur der Tower ist auf einmal zu. Ja, genau. Ich schätze, der hat uns in Tower gedüstert. Der schießt aus dem Treppenhaus wahrscheinlich. Dann gehe ich hin und loot sie. Ja, mach ich jetzt auch gleich. Wo waren die drin? Rucksack, Hose, das ist schon mal anders. Keine Ahnung, Rucksack, glaube ich. Hast du dir schon Platz gemacht im Mittag? Ich hab jetzt schon, ja. Kriegst du mir Deckung? Ja, wir beide gucken. Wir gucken. Ja. Okay, Achtung, ich gehe hin. Ich lege mich rein, oh Gott. Da, Tower, Tower drin. Aus dem Tower ist es rausgeglitcht kurz. Ja, ja, aber er macht nichts. Ich hab die Warnboxen und hab geheitet. Was ist denn, Alter? Definitiv deinem Treppen aus dem Tower. So, ich hab die Warnboxen und hab den geheitet. Sag doch, da ist nur ein Dritter. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, eigentlich in Ruhe lassen, oder? Keine Ahnung, das ist Schwachsinn, den da müsste man campen, man bräuchte eine Granate oder irgendwas. Keine Ahnung. Das ist halt wieder gay. Und die Tür da unten von außen aufkriegen, weiß ich nicht. Da war ich letztes Mal ja schon zu behindert. Ja, stimmt. Ja, da musst du nach oben so, so, so. Ja, ich weiß, aber selbst nach oben, dass da teilweise, wenn du Pech hast, ich hab da letztes Mal fast 20 Sekunden rumgeklickert wie ein Idiot. Das ist das hier an dem Busch? Ja, ich bin hier an der Busch, gerne, QE. Ich auch. Le Bambi? Das warst du jetzt, oder? Lollollolloll. Ja, Bambi, Mann. Boah, le Tf, ey. Da hat mich angefangen zu boxen, hat mich aber diesmal nicht getroffen. Ich bin ganz glücklich. Oh. Also wieder weg, oder was? Ja, ja, ich verbiss mich jetzt nach hinten, äh, doch nach Kassnerdorf-Seite, wo wir mal hin? Keine Ahnung. Ja, Jules, ich geh jetzt mit Dachs, wie ein Mann. Ja, bei den komplette Fläche? Ja, also bitte, ich sag, Mann, das ist richtig schwer, uns zu treffen, Mann. Gleich, ein Schuss, so, we were dead. Ja, das kann passieren, aber die haben so gut Täter eben, die haben jetzt 8-0-1-mal geschossen und haben jetzt nicht getroffen. Aber Lackshot geht's immer, ja, ist klar. Ist an dem Inden Bambi wieder mehr verschossen, als an den letzten 3, in die Schrecke ballert hat. Sonst soll es nicht lösen. Ja, weil Bambi immer Düse-Düse macht und dann... Ja, ja, Mann. Ja, das ist schon da. Viel schlimmer fand ich den SGS-Typen ganz am Anfang wieder. Der war voll... Ich hab so viel auf ihn raufgeholzt. 20 Schuss, glaub ich, waren's jetzt, oder? Kann ich hier nachgucken? Ja, 20 Schuss. Nix passiert, Leute, im Kerl. So, ich bin's, ja, Mann, du hast zu viel. Ich geh dann auch links an den Zaun hoch. Oh, das Torf. Oh Gott, hier ist ne Sackgasse. Ah. Wer hat vollste Munition von allen? Ja, komm mal raus. M4? Ja. Ah, ja. Für manche nicht, die haben 7 Milliarden davon. Da sind nur noch 100 insgesamt. Na ja, müssen wir mal wieder in er schießen mit M4-Zeug. Ja, so schlimm wär's ja nicht. Bis dahin ist es eh wahrscheinlich für mich Tode. Ich hab's sein, ich hab ein Stück, aber ich guck mal, was ich mit mir noch was basteln kann. Mit AKM-Schießen macht mir übes Laune, ich weiß nicht. Ich liebe das Ding. Ich hab übrigens... Ich hab übrigens... Ich hab übrigens noch ein bisschen AKM-Schuss für den. Nehm ich, nehm ich, nehm ich gern. 22 hab ich auch. Ja, nehm ich. Können wir dann mal hier unten... Ich muss dann eh was trinken, dann kann man hier unten den Tümpel mal was trinken. Oh Gott, ich bin ausgesinnt. Hendrik, Aufnahme erstmal aus hier? Ja. Und dann... Ich bin aus安定. Ja. 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 Vielen Dank.